Wir mögen nicht Violence! Oh, sehr! Ich streng mich wirklich an! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Na komm! Wir kriegen das hin! Wir kriegen das hin! Machen wir es jetzt nicht grad einfach sehr viel schlimmer! Weil wir es einfach nicht durchziehen! Ich weiß nicht! Komm, mach einfach! Ach! Ich habe mir das Bein abgerissen! Ah, ist doch! So furchtbar! Oh Gott! So schrecklich! Wir sind schreckliche Eltern! Wir sind schreckliche Menschen! Wir sind schreckliche Menschen! Als ob wir das wirklich tun! Wir zerren sie einfach dahin! An ihrem Beinstumpf! An ihrem blutenden Beinstumpf! Zählen wir sie dorthin! Naja, es ist ein Stofftier! An ihrem staubigen Beinstumpf! Warum? Weil das Spiel sagt, wir müssen! Das ist schrecklich! Ich fühle mich so schrecklich! Nein, ich auch! Ich fühle mich so schrecklich! Ja! Woran das Wodin mag! Oh nein! Sie hält sich fest! Oh nein! Gnade! Also ich streng mich wirklich an! Das, komm! Das musst du jetzt aber durchziehen! Das wird nur schlimmer mit der Zeit! Meinst du? Ja! Muss ich das? Ja! Ich bin so schwach! Ich krieg's nicht hin! Ich bin jetzt schon fast 3 Stunden! Ich weiß! Ja! Das macht's nicht besser! Ich weiß! Wir machen aber heute auch nur noch das! Ich glaub danach brauchen wir alle in Therapie! Ich weiß nicht! Soll ich? Ich bin... Es ist... Ich streng mich an! Ich drücke! Ich drücke! Ich drücke! Ich drücke! Ich glaub ich krieg's nicht hin! Und da geht das Ohr! Och! Was tun wir? Ich weiß es nicht! Auf! So ziehen! Jetzt bestimmt gleich an der Künderhandel fest. Zieh weiter. Nein. Ach nein. Oh nein. Dann lasst du doch einfach fallen, dann ist es gut. Dann ist es... Dann haben wir das beendet. Oh Gott. Das ist so schlimm. Ich bin dem Fuß hier ins Auge. Das ist... Och Mensch. Das ist einfach nur böse. Ich liebe dieses Spiel. Ich streng mich an. Vor allem fällt sie nicht auf ihre Leute, da unten ist das Darkbrett. Du trittst sie die ganze Zeit ins Auge, das weißt du. Sie strengen mich so sehr an. Das mache ich nicht. Aber ich will das nicht. Niemand will das. Ach. Das ist so schlimm. Oh, das ist gut, Honey. Bitte sich freuen. Hey, komm, darling. Oh, Kitty. Bloß weine. Sind Sie okay? Ja. Bloß viel Schmerzen, weil der Lieblingskuscheltier kaputt ist. Ich denke, sie ist hier. Oh, die ist kaputt. Yes, Feinster. Es ist... Aber wenn ihr Hummel haben, sie mitleid. May, ich denke, es funktioniert. Juhu, sie weint. Wenn wir ein Kuscheltier zerstört haben. Juhu. Das ist so schlimm. So, nicht. Oh, mein Gott. Jetzt tanzen Sie. Jetzt baden wir uns in Ihren Tränen. Oh, mein Gott. Wir baden in Ihren Tränen. Aber jetzt kann es doch besser werden. Es ist einfach... Warum das wohl nicht geklappt hat? Ich weiß auch nicht. Wir kommen in die Hölle. Was ist das? Hey, May. May. Leave me alone. Es ist vorbei. Ich denke, es ist ein Buch von Rose. Listen. Dear Mom und Dad. Ich bin sorry, dass ich das für Sie gemacht habe. Was? Ich weiß, wie alles gut zu machen. Alles, was du tun musst, ist... Ich denke, das ist es. Das ist die Antwort. Geh, wie können wir die Spelle verraten? Alles, was du tun musst, ist... Oh! Ah! Nicht so schnell! Hey, gib das zurück! Das ist alles! Wir hätten so viele Probleme lösen können, wenn du es einfach zu einem Gläsen hattest. Na, 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 na! No! You idiot! Thanks very much! You just ripped up our only ticket out of here! Yes, I did! It's four pieces! You put them together, you get the answer! Oh, you thick-headed book! Pull it! It's time to dive deeper into your soul! Jesus fucking... And collect the four letter pieces! Let's go! Hey, where are you going? Get him! Get the letter! Ah! Oh, what? Oh, my God! This is Abduction! So, this is Dr. Hakims couples therapy! Hm, Paartherapie! Steht so gedau an Therapielassen! Bravo! You refer to us instead of me! You're a team now! No, we're not a team and we don't have time for this! Time! Good man! That will be our first topic! Aha! Now, do you give each other enough time? Okay, you know what? We actually... We don't. Yeah, because she is never at home. Excuse me? I'm working for both of us. I can't be in two places at the same time, can I? Oh, unless you want me to clone myself. Clone yourself? Oh, please, don't be ridiculous. You think time is limitless? That's ridiculous! You have no sense of time. Aha! Cloning? And no sense of time! Good insights! We're making progress already! Great! Get ready! Oh, no. Hiya! Woo! That sounds about super cool. That's the one that was ewig. Where are we? I have no idea. Hola! Oh, you're inside! Your family is Cuckoo Clown! What? Correct. Well, you wish to clone yourself. Now you can! Hey, Cody! With no sense of time, you will now be able to control time! Yuck! Oh, look at that! Whoa! Ah-ha! Is that me? It's you and me. That's right! But as you can see, you're on parallel tracks, not connected to each other. You must follow these tracks and make them beat again! Remember that! If you succeed, you will be rewarded your first piece of the letter! Good luck! Woo! Where does he go? Oh! So, why do we need to control time? That I can't clone myself, and you 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 can't clone myself! And off they go! Yeah. What's that then? Ow! Ah, now I can. So, you can go through. Ah, yeah. You can't go through. Okay. Can I not teleport even though? No, I can't. Schade. Oh, no. Also, okay. Okay. I have to find the timing, so I have to find the timing, so I have to go through, so. So. Okay, can't see. You just got back. Okay, can't see. Drück doch einfach mal ein paar Tasten, damit du raus findest, wie es geht. Jetzt bin ich tot. Na, warte mal. Ne, so setz ich den immerhin. Achso, mit der anderen Morstaste. Mach ich das dann. Warte mal. Okay, müsstest du mich mal durchlassen. Alles klar. Okay, wenn ich jetzt hier einsetze. Sekunde. Lass mich mal durch. Ja, ich lass dich kurz durch. Noch mal zu. Und jetzt müsste ich ja... Ach. Genauso funktioniert's. Alles klar. Oh. Tja. Warte, 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 warte. Lass du mal los. Ja. Ne, du musst, du musst. Ich habe einen Klon. Ich kann den Klon hier festhalten lassen. Du musst ja, das kann ich aber gerade nicht. Ja, aber ich komme dann, ich komme doch mit allem allein nicht durch. Du musst schnell genug durch, da musst du einen Klon außen platzieren. Achso, ich mache einen Klon, okay. Ich muss einen Klon außen platzieren. Kannst du mal... Achso. Äh, ja doch, direkt an der Tür. Lass einen direkt an der Tür. Warte kurz, ja. Ja, dann holtest du dich durch und rennst dann da lang. Hier steht einer direkt vor der Tür. Sekunde, jetzt mal hier umdrehen. Los, lass uns durch. Ja. Ich bin durch. Hier habe ich einen Vogel. Ah, okay. Ich habe die Tür geöffnet mit dem Vogel. Oh, Zahnräder. Okay. So, hier müssen wir springen. Wir müssen auf unsere Figuren drauf. Glaub ich. Äh, ich gehe hier gerade schon weiter. Aber was ist... Warum... Weil wir die Türen für die beiden öffnen müssen, glaube ich. Oder? Ich habe hier einen Haken. Ja, Moment. Achso, da kann ich hoch. Warte, ich kann hoch. Warte, ich komme hoch. Zack. Ich glaube, du musst auf die andere Seite. Achso, dafür war das da. Ja. Das ist eine Abkürzung. Ich muss sagen, das sieht ziemlich beeindruckend. Ja. Wer hat das designiert, wusste was sie waren. Mach es. Das ist wahrscheinlich du gestaltet, oder? Das ist eine Uhr. Irgendwo bestimmt. Ah, du kannst ja was hochdrehen. Ja, du kannst ja eine Brücke bauen. Ja, geh auf die Brücke. Und nun? Achso, jetzt kann ich den Klon zurücklassen. Ja, den Klon zurücklassen, zurückrennen. Und... Und... Ist egal, der Klon müsste doch da sein. Oder? Ne, ist er nicht. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Belastend. So, ops. So, ops. Okay. Und zurück. Na komm. Okay, ich muss den Kloner bringen. Und nun? Dann porte dich mal rüber. Oh, ich bin auf dem Vogel. Moment. Dann geht der Vogel hoch. Okay. Jetzt müsstest du irgendwo hinkommen. Ja, auf die Seite. Auf die... Auf die andere. Auf die andere. Die andere Seite? Ja. Anderer Knopf. Achso, hier ist ein Knopf. Sehr schön. Einmal hüpfen. Ah, die... Da geht die Tür auf. Ja, ich lasse den Kopf noch ein bisschen die Brücke penetrieren. Na, für Spaß. Dann machen wir schon mal weiter. Oh, eine Eule. Ach du Scheiße. Dann kannst du mal die Eule heile machen? Oh, die Armheule. Ich kann sogar Zeitlobe abspielen lassen, theoretisch. Was hast du gegen die arme Eule? Oh. Ähm. Kannst du nur die Eule zerstörst? Bewegt sich das Brett dort hinten, wo ich draufstehe. Warte mal kurz. Echt? Mach's kaputt. Ja, nice. Ich bin drüben. So, jetzt kannst du den Fahrstuhl bewegen, oder? Guck mal. Mach den hoch. Ah, okay. Ich kann ihn hoch und runter ziehen. Höher, 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 höher. Geht nicht höher. Hm, das ist schlecht. Ähm. Mach ihn runter. Nice. So. Äh. So. Äh. So geht wirklich nicht. Äh, ich kann doch du musst an die Wand. Ich glaub du musst an die Wand und dann hängen bleiben und dann nach oben. Auf das Ding. Spring mal an die rechte Wand. An die Wand hier? Ne. Äh, ja. Doch, an die direkt neben dem Fahrstuhl. Kannst du da hängen? Ja, mach mal runter. Mach ihn hoch. Welche Wand? Die? Die hier, oder? Ja. Probier mal die. Okay, die geht nicht. Andere Seite? Absolut nicht. Warum? Und der Fahrstuhl biegt sich irgendwie, wenn du da bist. in den Däugen noch runter schlägst. Vielleicht bringt das dann irgendwie was. Kannst du hinten an der Wand hängen? Ne, absolut nicht. Auch an der Wand kann ich nicht. Willst du hier irgendwie vorspringen, wie ich dort? Vielleicht kann ich irgendwie oben drauf springen auf das Ding. Das denke ich mir nämlich auch. Ich finde hier aus schon irgendwie. Warte mal, ich habe eine Idee. Ja. Ähm. Ich weiß aber nicht wie. Wenn ich irgendwie zu dir zurückkommen würde, kannst du mich dort hinschleudern. Vielleicht irgendwie. Ne, ich glaube du kommst nicht mehr zurück. Versuch mal die Eule wieder kaputt zu machen und so weiter. Kann ich versuchen. Da einen Schritt zurück gehen, ob ich da wieder... Das bringt ja eigentlich nur das Brett runter dort. Das ist... Müsste eigentlich... Und jetzt versuche, willst du dann... Bringt das was? Wir versuchen... Ne, das erreiche ich nicht. Komm ich nicht zurück. Hm. Oh doch, ich bin hier. Tag Mordi. Oh was, wie? Wie das denn? Okay, geh mal aufs Brett. Und wenn du mich jetzt weit genug schleuderst, schaffe ich es vielleicht nach oben auf die... Test das mal. Ne. Nein. Nein. Irgendwas hier muss es sein. Kann man gucken, ob ich noch irgendwas anderes machen kann? Vielleicht hier... Vielleicht hier durch die Wand. Die hat hier genug Ritzen drin. Mal gucken, ob ich hier irgendwas noch machen kann, aber... Tja. Kann ich vielleicht irgendwie... viel Höhe kannst du nicht machen, oder? Höher als so geht nicht. Kannst du irgendwo drauf stehen? Sie ist halt leider auch nur weit entfernt. Vielleicht auf einem von den Brettern da an der Seite? Geht das? Sieht leider nicht so aus. Wo du vorhin drauf standest? Auf denen ganz an der Seite. Dann kann ich theoretisch stehen. Okay, dann bleibt mal da. Dann kann ich von hier aus rüberspringen. Ganz genau, vielleicht... Ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist, aber... Ja, 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 das geht hin. Wenn ich nur richtig springe? Okay, das ist sehr nicht die richtige Lösung, aber es ist eine Lösung. Das ist machbar. Vielleicht sogar die richtige Lösung. Ah, okay. Muss ich nur... Nie im Leben. Aber ich muss nur springen können. Das ist halt blöd jetzt. Ja, wir haben Zeit. Muss man nur anten und nicht doppel springen können. Okay, das ist aber das Ding im Bretter. Das ist halt das Ding in der Nähe. Weil es ist halt so ein bisschen verändert. Spring doch mal vorne rum. Und nicht direkt an den Seiten. Ja, mach runter. Äh, würde ich. Ich häng' all. Ah. Ich weiß nicht, kannst du irgendwie... Kannst du mal versuchen irgendwie den... Kannst du mal mit Karacho das Ding nach unten fallen lassen? Und irgendwie... Ich hab das Gefühl, dass es bricht zusammen. Kannst du irgendwie irgendwie... Kannst du das kaputt machen. Kannst du die so zusammen knetschen, dass das... Dass die untere... Dass die obere Ebene runterfällt. Und du kannst das nicht. Weil die wiegen sich so leicht ein bisschen dann ja. Ja, schon, ich kann halt nur die Zeit zurück... ...drehen, da passiert nicht mehr als das. Kaputt machen, das ist nicht. Okay. Okay, jetzt schaff' ich nicht mal, auf diesen Leib zu los. Okay, verdammt. Irgendwo gehen wir alles hin. Ich bin wieder bei dir drüben. Muss noch mal die Weile kaputt machen. Ich versuch' wir mal mich hoch zu... Das könnte ich mir vorstellen, dass das halt die richtige Lösung ist. Dass man mich halt irgendwie... Oh, scheiße. Wie? Dass man mich halt irgendwie hoch schießt. Warte, 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 warte. Ich hab' ne Idee. Ja? Ich kann mich doch klonen. Oh mein Gott. Jetzt bring' die Scheiße mal nach oben. Das ist... Dass mir das nicht eingefallen... Aber ne, schade. Das wär' zu schön gewesen. Der bleibt unten stehen. Ja, aber wenn du hoch gehst, dann bleibt der oben stehen. Schick' das Ding mal hoch. Jetzt bleib' ich dort stehen. Jetzt geh' ich runter und jetzt... Jetzt bin ich auf dem Dach der Sache. Jetzt geh' mal hoch und jetzt... Ja, genau so. So muss das. Verdammt. Wie hast du das geschafft? Ja. So, wenn ich mich jetzt hier teleportiere, so... Jetzt bin ich da oben jetzt. Genau so ist der Ansatz. Jetzt geh' einfach nur nach rechts. Danke. Nice. Muss man jetzt mal rausfinden. Komm, schwer machen, wenn's auch einfach geht. Ich hab' ganz vergessen, dass ich diese Funktion hatte. Ja. Hier wir gehen. Und du? Äh... Wo bist'n du? Wo komm' ich zu mir? Ich bin irgendwo. Ah, ich... Ich bin bei den Figuren. Ich hab' hier ne Sackgasse. Achso, da geht's weiter. Du musst noch nicht selten Weg gehen wie ich, ja. Da kann ich auch lang. Nice. Und hops. Ich bin bei dir. Was müssen wir hier tun? Ich hab' keine Ahnung. Hier irgendwas? Ja. Hier mit den Euren können wir irgendwie was machen. Mit den Kuckucks. Und wir haben da noch einen dritten. Achso, warte. Ja, natürlich. Ah, es geht um Zeit, ja. Ne, ich hab' einen... Wir haben drei Leute. Ja. Jetzt... Jetzt... Jetzt teleportier dich zu. Ah, warte. Ah, sehr schön. Ja. Ich bin hier in zwei Leute. Oh, jetzt kann ich dich rüberschmeißen. Hui. Direkt auf den Knopf gelandet. Perfekt. Ah, ja. Sieht deutsch aus. Hm. Kuckucksuhren statt. Mhm. Das glaube ich jetzt so ein bisschen Open World mäßig hier. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich erinnere mich daran, dass wir mit irgendwelchen Bombern irgendwie diese Blasen zerstören müssten. Das ist das, dass man da irgendwie... Zumindest da machen musste. Das ist ein langes Level. Das ist ein deutsches Level. Man muss mit Bombern... Sachen zerstören. Das ist das. Verstehst du? Nein, er war nur auf und auf und auf über Zeit. Oh, ja. Hey, und du hast mit ihm agree. Na... Es ist wahr. Wir sind nie zu Hause. Hosey. Hosey. Und du denkst wirklich, dass ich alleine geliebt bin? Ich weiß nicht. Das war einfach so, wie es sich für ein langes Mal gefallen hat. Hosey. Aber es ist nicht meine Wahl. Was veux du? Was meinst du? Wenn ich meinen Job verletze, würden wir alles verlieren. Okay. Aber wenn du nie dabei bist, ... uns. Okay, schau. Da sind sie. Lass uns sie folgen. Ah, das waren die falschen Charakterer. Nein. Oh, wer bist du? Da ist einfach... Da ist gerade einfach irgendwer aus dem Haus gegangen. Hallo? Okay, ist ein Locker? Ja, ja. Was können wir mit den Locken machen? Ich versuche erst mal... Ah, okay. Wir können mit den Glocken die Türen aufmachen. Die musst du zurück machen, dann kannst du... Ah, okay. Moment, ich... Da geht's weiter. Wir können hier überall lang. Also wirklich überall. Wollen wir das direkt machen mit den Glocken? Ich hab schon gemacht, muss nur du machen. Geht an dir jetzt. Äh, ja. Geh mal an die hier. Warte, ich warte mal kurz noch. Ja, wie gesagt, sie können hier überall über die Dächer. Gehst du jetzt hinten an die Glocken bei den Figuren? Oder? Sekunde, ich schwing gerade noch. Ich schwing gerade noch. Wir müssen kommen gleich. Okay, wir erkunden also alles erstmal. Warum nicht? So, was gibt's hier oben? Ah. Glocke. Die würde so einen Mittelweg nehmen zwischen alles erkunden und Blechwetter machen. Ich hab jetzt angefangen zu erkunden. Also erkund ich... Ich hab' lagefeuer gefunden. Okay. Kannst du dich dran... dran aufwärmen? Es ist Holz. Also... Nein. Aber ich hab' lagefeuer. Verdammt. Einen kleinen Picknick-Tisch oder sowas. Ich hab' hier ein Boot gefunden. Können wir gemeinsam einsteigen und fahren. Können wir eine Bootsrunde fahren machen. Wie gesagt, wir erkunden jetzt erstmal alles. Und dann machen wir das tatsächliche Spiel. Hier ist was zum erkunden. Komm mal her. Glocken. Wir können hier ein Boot fahren. Das können wir nur gemeinsam. Komm, wir machen ein Boot-Rund-Fahrer. Ja, ich komme jetzt erstmal alles. Ich komm' noch grad drüber. Oh, Schweine. Das machen wir gleich. Eine Alteration nach der anderen. Okay, ich guck mir jetzt das Schweine an. Da kannst du aufschwingen. Aufschwingen uns dann. Ja, ist ja gut. Ich komm' jetzt zum fucking Boot. Ich sit' schon drin. Oh, wo ist das? Ach so, vorwärts. Ich kenn' vorwärts. Ach, wir können... Tretboot. Mhm. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. So stellen sich Amerikaner also Deutschland vor. Ungefähr. Ziemlich nah dran. Naja. Stimmt, es fehlen die wütenden Rentner am Fenster. Es fehlen die Nazis. Na gut, du weißt ja nichts über die Einstellung von den Puppen hier. Oh. Wollen wir hier was machen? Äh... Ja. Wir haben schon festgestellt, wir sind schlechte Eltern. Also passt schon. Okay. Oh. Ich bin irgendwo. Zum f Merrysten. Tack, du nein. Servus sind gemствен.